Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und freue mich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir hier in der Ebene von Onara besorgen können. Und zwar bin ich hier einmal auf den Koordinaten 73, 56 und hier kriegen wir ein Toy, in dem wir einen Schatz öffnen. Der liegt einfach hinter mir und den habe ich gerade schon angeklickt, zufällig das Toy rausgezogen. Das schimpft sich Horn von Unlit Logo. Und was können wir damit machen? Trinkt ein schwaches alkoholisches Gebräu, getränkt so rum aus dem Horn, wie es Tradition ist. Hat 3 Sekunden Abklingzeit, also können wir relativ oft benutzen. Jetzt gehe ich mal bloß hier aus der Bärengestalt raus, denn Blizzard ist oft genug zu faul, sowas zu animieren mit der Bärengestalt. Deswegen werden wir sonst wahrscheinlich nichts sehen. Horn mit Un... Hier haben wir das Lit Logo. Oh, da kommt schon ein Hund. Jetzt müssen wir uns ein bisschen schicken, bevor der uns hier angreift. Und ihr seht, wir packen dann so ein Horn aus, trinken da raus. Sieht ganz nett aus. Ist jetzt nichts Besonderes, aber für das ein oder andere Gasthausgelage kann man das sicher benutzen. Gut, damit wären wir eigentlich schon wieder am Ende. Ich wollte euch nur zeigen, wo man das herkriegt. Hier nochmal auf der Map. Also hier ist quasi dieses größere Böhrchen auf der Map, was wahrscheinlich so ein Zelt darstellen soll. Ja, eins von denen. Und hier ein bisschen daneben haben wir quasi auf 73, 56 so in etwa diesen kleinen Ausguck. Und dort liegt es einfach über den Kisten dran. Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Hat mich gefordert, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Tollguide. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.